mikrofon muted herzlich willkommen bei 1 800 es geht weiter und ich muss gerade das mikrofon activated jetzt geht es ich muss ein bisschen mit der es bisschen rumspielen so wir wollen ja dann mal anfangen die schokolade mal herzustellen deswegen wollte ich meinen frachter hatten vor mir klein paar items nur schon mal geschnappt ist unter deck um meinen frachter optimal zu boosten so öl ist jetzt hier ein bisschen dabei jetzt manchmal ein bisschen weiter hier in die die weiter aufzusteigen weil ich möchte ja immer noch mal einen krieg führen das heißt wir müssen ihn dann auch genug einfluss haben um das zu machen so dass wir ein paar handwerker aufsteigen lassen wäre es sehr oberflächlich sich nach etwas luxus ich habe nichts dagegen schulen schule ist recht zu weit weg deswegen es geht so deswegen hier weiter aufsteigen so jetzt ist das problem ich habe ein bisschen zu übertrieben das heißt die arbeitskraft ich habe ja ein bisschen auf aufstehen neue befehle so sagen sie nicht dass ich einen termin versuch so steht bereit So, dann bauen wir es hier ein. So. So, den Bauernkruf habe ich ein bisschen gleich wieder eingepengelt. So. Boah, die 100k-Marke erreicht. So viel. Ei, 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 ei. Mal gucken. Mal gucken, wie weit ich mit meiner Insel Einfluss reinpucken kann. Um doch immer mal einen Krieg zu führen. Deswegen, die Vorbereitung habe ich ja schon soweit als abgeschlossen. Kanon-mäßig habe ich relativ viel. Aber Kanonen hier. Mal gucken, wo habe ich denn... Das sind die Dampf-Frau. Das sind die schweren Geschütze. Wo habe ich denn... Das ist die Kanon-Fabrik. Wann geht es hier denn mal weiter? So, Kanon-Fabrik tue ich mal langsam mal doch mal Stehling. Halt! So, du machst mal das hier und du fährst mal hier hin. So. Prima hier. Ein Aufsteigen. Hier ein bisschen hier plus klingen. So. Mal gucken. Ist ja klar, höher der Wohnbereich und so mehr Verbrauch kommt ja. So. Klar, ich habe jetzt hier ein paar Frachtschiffe, Schmuck und Co. Das hält wirklich alles in Grenzen. Das ist verdammt gut. Und... Tropsen hier dann... Riesen, Riesen... Über... Also, wenn ich extrem wenig habe, habe ich irgendwie extrem viel. Spielstand gespeichert. Auf einer Seite ist es ein bisschen makaber, aber es hilft. Getre... Getreide geht hoch? Hä? Okay. Das kann sein, weil Brot voll ist. Aber bei Schweinen sind wir immer noch relativ im Plusbereich. Da werde ich nur ein bisschen Schweinefarben noch ein bisschen erhöhen. Weil da sind wir noch ein bisschen was zu wenig. So. So. Zack. So. Dann gebe ich noch ein bisschen weiter noch. Ich glaube, das muss sie jetzt ausreichen. Die Feierlichkeiten sind beendet. So. Ein paar Schweine zusätzlich eingebaut, aber jetzt muss es nicht funktionieren. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So. Das funktioniert extrem. Also, ich glaube, hier oben aber überhaupt ein bisschen wieder Schweinefarben. Wir haben Volk im Kessel. Alles im Namen ihrer Majestät. Mal gucken. Ähm. Davon habe ich hier relativ wenig. Zigarren ist relativ klar, aber Rest. Schöne. Vom Stapel gelaufen. Mal gucken, wie toll ist das, wie das hier gefällt. Vier Millionen. Ach komm. Wie viel Millionen. Pflicht erfüllt. Millionen habe ich auch. Zeit für ein Nickerchen. So. Den Frachter schon mal fertig gebaut. Die Menschen lassen sie hochlegen. Weil ich hier ein paar Items drinne, um das Ding mal ein bisschen zu boosten. Ich habe zwei Stück und meine zwei freie Plätze. Alles gut. Weil der andere ist ja Rum. Der Rum Frachter. Ich weiß nicht. Ich glaube, da kommt die Union an. Alles bereit. Aber ich denke mal, da tue ich auch die Items rein kloppen. So. Und. Das ist Wahnsinn. Wie leer das Ding ist. Kisten unter Deck. Kautschuk. Wie viel muss man Kautschuk verbrauchen? Kautschuk ist voll. Rauben sind voll. Krass. Ich glaube, ich habe gesehen Paprika. Also geht man mir nach so einem Keller. So. Neue Befehle. Sieben Prozent. Wie ich in Wirklichkeit. Das Item und dieses Item. So. Ich bleibe jetzt noch Weichen hier. Anweisungen. Und kriegt da der andere Rumtransporte. Ich denke mal, kommt hier unten an. Steuermann. Okay. Der hat Kaffee. Hier ist der Rumtransporter. Neue Befehle. Aber die Rum muss eigentlich relativ voll sein sollen hier. Der hat Druck im Kessel. Ich muss einmal kurz pausieren. Admiral auf der Brücke. Ich muss das hier reinklatschen. Und. Items. Items. Ja. Zack. Und. Gib ihm. So. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Der bleibt erstmal. Jo. So. Frauen einhalten. So. Wir haben hier ein bisschen Materialien wieder. Ich denke mal, das Öl wird vorne hinten wahrscheinlich eh nicht ausreichen. So. So. In dem Bereich kommt das Ding nicht mehr richtig hin. Das heißt, der Bereich bleibt so wie es ist. Und gucken kann ich. Ja. Die haben doch. Und es reicht doch der Radius. Okay. Dann muss ich ein paar Handwerker noch aufsteigen lassen. Die komme ich nicht mehr dran. Das heißt, ich denke mal, diese Kuppelterei kann ich aufsteigen. So. So. Dann die hier geklärt. So. Jetzt habe ich wieder ein Problem. So. Habe ich hier knapp 300. Mal gucken. Spielstand gespeichert. Okay. Der ist jetzt komplett leer. So. Schwer im Waffen-Co ist immer so weit. Stopp die Maschine. Äh, so weit eingestellt jetzt. Mehr Druck im Kessel. Jetzt ist man hier bei mir. Den mal. Den. So. Kohle-Kotor. Ja, aber ich habe hier ein bisschen was. Bei den. Eingeschickt. Was? Alles voll? Ne. Doch. Nicht alles voll. Rohstoffe. Okay. Wo habe ich den. Jetzt habe ich noch kein Beton. Ich gehe jetzt mal. Ich tue ja, wenn wir jetzt mal zischt produzieren erst. So. Die Lager sind so relativ voll. Das bin ich sehr begeistert. Ich mache das. Ähm. Mach mal gucken. Gold. Waren. Ist immer auf. Okay. Sie haben die Kapazitäten ausgeschöpft. Okay. Erstmal. Ist sowas alles voll. Das ist relativ gut. Können wir das schon mal weiter. So. Oh, Ingenieure habe ich noch ein paar auf Lager. Sollten wir mal wieder ein paar aufsteigen. Oh, okay, das ist der Bereich, wo wir keinen Strom mehr haben. Alles klar. Ich finde es gut, dass es angezeigt wird. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So, das ist schon mal ganz gut. Ähm, ach, nein. Bis hier, genau. Ich brauche hier ein paar Stahlträger. Stahlträger! Also Stahl sind doch ein Stromarmus. Ne, genau. 200%. Plus zwei. So, ähm. Die Lager sind komplett voll. Das ist schon, finde ich, verdammt gut. 300 schon. Hey, ich könnte doch manchmal doch mal einfach eine Kriegsflotte aufzustellen. Die Bank reicht noch bis hier unten hin. Und danach wird es schon ein bisschen schwieriger. Die haben leider noch bestimmte Radios. So, erst mal gucken, weil mir Lager... Brennen geht ja runter, weil es ist ja klar. Uh, und fangen auch jetzt langsam an. Zergangen ist ja auch klar. Kisten unterdeckt. So. Besetzt ist es nicht so extrem, wo so extrem so 10 Minus. Nein, aber so grenzwertig frei. Okay, Schokolade ist bei 8. Da muss ich schon mal anfangen. Neue Leute. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Was? Warum? Weshalb nur überleben. Weshalb nicht erleben. So, Barrikaden. Komm, weil ihr keine Kirche habt? Und Co.? Was ist denn witzig, oder? Ich habe hier noch einen Marktplatz. User left your channel. Du vertreibst meine Sorgen, Pfeffi. Wir sind ja nicht froh. Wenn die nicht erst etwas springen. Oh. Zuckerrohr ist jetzt schon... Jetzt schon... Schon mal gewartet. Oh, das ist krass. Wenn die Sachen gelaufen. Dann muss ich jetzt gegensteuern. So. Zuckerrohr. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen Zucker in Nacht produzieren. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Sieh an, der E-Boot ist zurück. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Das wird von Rand wesentlich besser. So ist man dann. Ich bringe mir die Straße. Schraße. Wir brauchen das Land. So. Wir müssen das Land erst... Schraße, hier nie gepatscht. Aber mit sub-Kronen jetzt Zuckerrohr. Okay, jetzt habe ich das erreicht. Ich denke nicht, weil die extrem zu schnell Zuckerrohr brauchen. Mal mit meiner Straße hin. So. Die Straßen sind wieder sicher. Das ist gut. So. Ich werde schon mal die Ecke hier schon mal komplett frei machen. So. Dann kann ich noch hier reinpatschen. Bei dem bisschen. Setz dich lieber in den Schatten. So. 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 ich denke mal da muss ich wieder bergauf hingehen ja die zucker wird ja in meiner alter wird auch extrem viel gebraucht so bevölkerung reicht noch so können wir die ecken nehmen steuermann ich denke mal die bevölkerung muss ein bisschen aufstocken wenn ich hier kakao extrem viel baue das ist auch ungefähr was über 300 hoch geht ich brauche ja relativ viel zuckerrohr wie verdammt viel aber das heißt eine insel habe ich ausgewählt genau das ist die insel die hier will ich relativ viel zuckerrohr anbauen das heißt und die zuckerrohr und die kakao will ich hier anbauen lassen kakao kann ich auf die insel auch war das heißt ein frackschiff reicht das für die kurze stecke hier hin deswegen baue ich schon mal hier eine anlegerstelle schon mal hin die die nicht so sehr extrem weit fahren müssen weil die deswegen so das ist schon mal geregelt kakao könnte ich ja auch so hier anbauen lassen nicht überall platz aber hier brauche ich dringend viel baumwolle ich weiß nicht wie viel baumwolle gespeichert schokolade wird da gleich da ankommen so habe ich hier genug schokolade extra viel auf dem lager noch hier sind 200 tonnen ich werde dann mal die alte und hier habe ich fast auch fast null schokolade ist hier leer ok schokolade muss ich doch von meiner an der insel hier überschaffen neuer befehle ja früher später muss es ja sein deswegen wird der mein schokladenschiffchen die 1 und 2 fangen sie einzeln her bereit für den einsatz so lagermäßig sieht das relativ gut aus glühbirne ist ja klar wird alles übertransferiert die maschine ist auch alles voll reserven durch voll hier ausmessen mit dem lager fleisch geht ja ein bisschen runter aber weil er eis voll ist die maschine kaffee ist ja klar schokolade ist klar aber die brillen geht ja relativ ein bisschen im keller aber nicht so extrem aber auch schokolade kisten unterdeckt so nehme ich jetzt den resten schokolade hier raus praktisch mal hier rüber die menschen lassen sie hochleben das finde ich ziemlich nett so 300 haben wir fast ich glaube bei 500 fange ich doch mal langsam an meine kriegsflotte aufzubauen muss ich mal ausrechnen wie viel das geht aber also wir haben die 20 minuten erreicht und wir sagen wünsche euch noch einen schönen Tag noch einen schönen Abend auf unserer Kaut rein und ciao ciao